Heute lernen Sie, wie man ein Programm für den BBC Microbit speichern und mit anderen teilen kann. Um ein Programm teilen zu können, muss dieses vorher veröffentlicht werden. Dazu geben Sie zuerst Ihrem Programm einen Namen. Dann klicken Sie oben auf Zeilen. Dort werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie, wie bereits erwähnt, Ihr Programm zuerst veröffentlichen müssen. Klicken Sie daher auf Projekt veröffentlichen. Ihr Programm bekommt nun eine URL zugewiesen. Nun ist Ihr Programm veröffentlicht. Diese URL können Sie nun nutzen, um Ihr Programm mit anderen teilen zu können. Dazu kopieren Sie die Presse, fügen diese z.B. in eine E-Mail ein und schicken diese an Freunde, bekannte Kollegen. Zusätzlich haben Sie in der Entwicklungsumgebung auch die Möglichkeit, Ihr Programm in Form Ihres Codes, des Editors oder des Simulators in eine Website einzubetten. Übergang ist ja der Vers Deutschland ein, also der Verkurt метров der Fqui im Ausgitter ho Singer er copieren Sie, meine Damen und Herren. Vielen Dank.